Von vorn sieht er aus wie ein klassischer Silberpfeil. Aus anderen Perspektiven bleibt er dann doch schwarz. Das ist der Mercedes W15, den Mercedes am Aschermittwoch oder am Valentinstag, wie die weniger Christlichen unter euch vielleicht sagen würden, vorgestellt hat. Ich bin Christian Nimmervoll, Chefredakteur von Formel1.de und in diesem Video werfen wir einen Blick auf die Technik, die Lewis Hamilton und George Russell 2024 auf die Siegerstraße zurückbringen soll. Die Technik, die unter der Lackierung steckt. Und wir liefern euch O-Töne vom Launch sowie nach dem Shakedown in Silverstone, der gleich im Anschluss an die Präsentation stattgefunden hat. Kein einziger Sieg und nur eine mickrige Pole Position durch Lewis Hamilton in Ungarn. Am Ende Platz 2 in der Konstrukteurs-WM, aber mit nicht mal halb so vielen Punkten wie Red Bull. Das war die eher mickrige Bilanz von Mercedes in der Formel 1 2023. Und die soll 2024 deutlich aufgebessert werden. Ja, wir haben es falsch mit den neuen Regulatungen, aber wenn wir in 10 Jahren oder länger schauen, und wir werden sehen, dass wir erst acht Mal in der Reihe und dann drüben und drüben in der Konstrukte, dann sieht es, dass es ein respektvolles Ergebnis war und es nicht so schlecht war. Aber das ist nicht so, dass ein anderes Team und ein anderes Fahrzeug gewinnen, die die meisten der Räder gewinnen. Der Mann, der sich federführend darum kümmern soll, dass das auch klappt, ist James Ellison, der technische Direktor von Mercedes. Er war von 2017 bis April 2021 schon einmal technischer Direktor, wurde dann durch Mike Elliott zumindest im operativen Engineering ersetzt. James Ellison ging einen Schritt zurück, war Chief Technical Officer danach. Und Elliott ist der Mann, der das mäßig erfolgreiche Zero-Pod-Konzept verantwortet hat. Aber seit April 2023 claims Ellison wieder technischer Direktor. Nicht zuletzt, so hat man das aus dem Team rausgehört, auf Wunsch von Lewis Hamilton, um das Mercedes-Team auf die Siegerstraße zurückzuführen. Ich denke, das wichtigste ist, dass man sich in die Richtung schauen. Was ist es, dass wir falsch haben? Warum hat der virtuellen Welt nicht korreliert mit dem realen Welt? Und ich denke, dass wir ein paar Kläder gefunden haben, wir in diese Richtung haben. Wir versuchen, zu eliminieren so viele mögliche Variablen. Und der Bus, der in der Firma ist etwas, das ich nicht gesehen habe für so viele Jahre. Wir wissen, dass es schwierig ist. Wir wissen, dass es ein großer Mountain ist, weil wenn ein Team so weit entfernt ist, wie der Red Bull letztes Jahr war, ist das nicht einfach. Aber wir haben eine super-Driver-Kombination, hoffentlich ein schnelles Auto, die beste Leute in der Firma, die es alles geben, um zu erzielen. Und ich denke, dass es sehr gute Ingedienste gibt, um wieder zurück in der Front zu sein. Die letzten zwei Jahre, so formuliert das Toto Wolff in einer Presseaussendung des Mercedes-Teams zum Launch des W15, die haben richtig wehgetan. Aber was weh tut, sagt er, das vergisst man nicht. 2022 und 2023 seien daher als schmerzvolle Erfahrung wichtig gewesen, um uns in bestimmten Bereichen neu auszurichten, neu zu kalibrieren und neu zu erfinden. Neu erfinden so gemeint, denn der 2023er Mercedes war bei einigen Rennen durchaus schnell, konnte die Performance aber zu wenig konstant liefern. Auch weil die Fahrer fanden, dass das Auto zu giftig war. Also haben James Ellison und sein Team besonders an der Hinterachse gearbeitet, mit dem Ziel, dass diese beim Bremsen stabiler wird und in der Kurve wendiger. Die Hinterradaufhängung ist jetzt übrigens auch als Pushroad angeordnet. Bei der Vorderradaufhängung war das 2023 auch schon so. Ein weiterer Fokus war die Aerodynamik. Mehr Downforce bei gleichzeitig besserer Effizienz, also weniger Luftwiderstand. So lautet die magische Formel für alle Formel 1 Teams. Ihr erinnert euch, Louis Hamilton, der hatte 2023 schon mal beanstandet, dass sich der Mercedes auf den Geraden so anfühlt, als habe man ihm ein Scheunentor hinten drauf gepackt. Nachgebessert hat Mercedes aber auch beim Klappflügel DRS, wo Red Bull 2023 auf den Geraden das Maß aller Dinge war. James Ellison sagt wörtlich in der Presseaussendung, er habe das Gefühl, dass wir all das erreicht haben, was wir uns vorgenommen haben. Damit bezieht er sich wahrscheinlich auf Windkanaltests, wo sich Teams bei jedem neuen Design bestimmte interne Ziele setzen. Wirklich wissen, wie gut der R15 ist, werde man aber erst, so sagt James Ellison, wenn wir das Auto wirklich fahren. Aber ich denke, wir können sagen, dass wir das Gefühl haben, gut gearbeitet zu haben. Mercedes bricht beim W15 also mit dem bisherigen technischen Konzept, hat sich trotz Budget-Cap für die neue Saison ein komplett neues Chassis und ein komplett neues Getriebe geleistet. Das bedeutet, sagt Ellison, dass wir in anderen Bereichen des Autos nicht versucht haben, das Rad neu zu erfinden. Aber es hat uns ermöglicht, einige große Projekte in Angriff zu nehmen, ohne die Bank zu sprengen. Und wir glauben, dass dies ein guter und wichtiger Einsatz unserer Anstrengungen ist. Mit die größte technische Änderung steckt aber da, wo wir sie nicht sehen können, nämlich unter dem Auto. Der Unterboden ist in Zeiten der Ground-Effekt-Formel-1 aerodynamisch wahrscheinlich der wichtigste Bereich. An dem hat Mercedes gearbeitet, ohne aber heute schon allzu viel darüber zu verraten. Was wir sehen können, sind im Vergleich zum Stand Abu Dhabi 2023 ein paar Änderungen auch an der Außenhaut. So ist zum Beispiel die Delle am vorderen Ende des Frontflügels neu, ebenso wie der Bereich des Flügels rund um die Nase rum. Die Form der Seitenkästen ist komplett anders als beim Launch 2023 und sie ist auch anders als Ende 2023 und orientiert sich stärker an dem, was Red Bull schon seit einigen Jahren tut. Zur Erinnerung, den legendären Zero-Pod hat der Mercedes schon mit diesem Update in Monaco 2023 begraben. Die 2024er-Anordnung hat mit Zero-Pod jedenfalls rein gar nichts mehr zu tun, was unter der Haube ein bisschen mehr Freiheit für die Anordnung der Kühler lassen sollte. Der Shakedown des W15 war übrigens getrübt durch das schlechte Wetter in Silverstone. Ein repräsentativer Test war ohnehin nicht geplant, sondern es ging in erster Linie darum, Filmaufnahmen für Videoteams wie unseres und die Sponsoren vom Mercedes abzudrehen. George Russell's facit? The last two years have been challenging for the team. Off the back of eight championships and finishing third in 2022 was a bit of a surprise. And not just the result, but the challenges we faced. We didn't understand the car, the problems we were tripping over. The result on paper wasn't bad last year, but the reality of how far we were to the Red Bull was too far. So we know we've got a lot of closing up to do. I'm confident this car is going to be a step in the right direction, but now we just have to continue working, continue pushing and see where the rest fall out. Für Lewis Hamilton ist 2024 die letzte Saison bei Mercedes vor seinem Wechsel zu Ferrari. Der letzte Launch in Mercedes-Farben, ein emotionaler Anlass. I feel the most motivated and focused I've ever been. I really, really feel, I mean every year you come back you're like I'm fitter than ever and all these different things. I generally feel I put more work and more time and more focus into preparation this year. I never thought that at this point in my life that I would have hunger like I do right now. And to finish on a high with a team, it would be a dream. We've gone through a whole heap together. So to finish on a high, it would be the greatest honor to be able to help them get back to the top. Wenn ihr euch jetzt fragt, ob Lewis Hamiltons bevorstehender Wechsel zu Ferrari auch beim Launch ein großes Thema war, nein war er nicht. Denn dazu hat Toto Wolff in einer Pressekonferenz Anfang Februar schon alle Fragen beantwortet. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, jetzt nächstes Video schauen und nicht vergessen, Kanal abonnieren und Glocke aktivieren, wenn euch unsere Videos über die Formel 1 gefallen. Bis zum nächsten Mal.